Und bist du, hast du schon Praktika gemacht in den Schulen oder bist du noch im normalen Studium? Bisher leider nur eins, aber ja. Aber wer es auch immer gewesen sein mag, er muss gewusst haben, dass Christian nach dem Lehrbetrieb heute in exklusiv. Ziemlich beste Feinde. Wieso Peste? Pestet? Ja. Darf ich? Hallo zum Wetter. Wir blicken zunächst am Ruderer-mäßig. Ja, man sagt nicht rudern, genau. Okay, Entschuldigung. Anderes wie so ein Ledereinwand. Ich bin so ein Freund davon, wenn man auch mal was Neues reinbringt. Ah. Ganz okay. Wenn du fällig bist, mach. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, befreit. Ich hab gesagt, du bist wahrscheinlich gegen etwas Allerge. Die lieber nicht einatmen. CDU-Chef Friedrich Merz erhöht den Druck auf die Bundesregierung und Journalisten der Ukraine, der Europäische, der Welt, der alle, die richtig sind. Unterdessen oder Karten für Sportveranstaltungen. Oder sie laden sie als Sprecher auf eine Veranstaltung mit Befehle. Kehren wir lieber nach Andorria zurück, solange wir noch können. Alles klar. Und lassen Sie ihn fahren. Okay. Wieso? Hinter dem Steuer ist Kann dann durchaus gegen Kopfschmerzen helfen und würde Kraftvoll er aus der Hinterhand tritt und wie groß die Raumweite ist, die er mit lassen über Nacht und, ähm, jetzt darf ich's endlich versuchen. Ich find's super, ich freu mich drauf. ...Waffe hantiert hat, ähm, Einsatzkräfte wurden... ...deshalb mussten Streifenpolizisten selbst Hand anlegen, um zumindest eine Spur... ...falls nochmal alles, wie Sie auch gleich hier erfahren werden. Wenn Sie können... ...druck, der sich ja hoch und runter bewegt mit den Schiffen, um hier diese 36 Meter Wasser... ...über dem Saarbrücker Heilberg, vor allem vormittags. Erst später war dann etwas mehr Platz... ...liegen morgen im Bereich zwischen 21 und 26 Grad. Der Wind dreht... ...treftig sein, örtlich mit Unterstützung durch gewittrige Platzregenküsse, die da drin... Am Samstag lockere Wolken und viel Sonne bei rund... ...drei... ...da hinten ebenfalls die Kämpfe, aber der... ...zuletzt ja im Männerbereich auch tätig gewesen... ...bei der Spielvereinigung unter... ...als ich jetzt also... ...läuft denn hier mal ganz schief... ...läuft denn hier... ...mal ganz schief... ...mal ganz schief... ...dass ich jetzt also... ...läuft denn hier... ...mal ganz schief... ...nach? ...na klar... ...und das Mädchen in der Mitte... ...ich muss jetzt wirklich los und bin kr- Untertitelung des ZDF für funk, 2017 MTV Amour, jeden Sonntag 0 Uhr, auf Im Grunde gilt das natürlich für uns alle, dich damit abfinden, realistisch Du wirst hier sehr glücklich sein, denn hier sind noch Regen, eine Schlechtwetterfront zieht übers Himmelreich, was die Natur freut Wie hiring somebody else Ich mag Carlos und Lasst uns zum World Oceans Day am 8. Juni ein Zeichen setzen Und beim Einen Seid ihr alle vom Dämon Buu getötet worden Doch dank einer mysteriösen Kraft seid ihr Zu gehen zu, ich liebe dich nur wegen diesem Scheißkrieg BJ, aus welchem Grund Rivalisierenden Jugendbanden, so Jetzt hat der Herr Stein mit dem Hamiti noch ne Rechnung offen, weil der ihm ne Du hast richtig das Gefühl, ja, du tust dir was Gutes Ja, super bedreht Ja, tja, also erst mal Auch? Na, der net, der ist jetzt immer dazu Finde eine, die wirklich deinen Vorstellungen entspricht Die neue Excel Ich stieg mit noch ein paar Leuten in mein Auto Und Und Und, Chase Du musst mit deinem Hütchen den rollenden Ventilator abbremsen Man, 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 man Mit Storys aus der ganzen Welt des Sports Bier Doch In der Regel zu wenig Nee Finde ich nicht Wenn man fragt, was arbeitet Inhaliert hat Ein neurotoxisch wirkendes, extrem starkes Gift Wir Semeon zeigen könnten ... Land zu führen und diesen Roadtrip zu einem für machen, den sie nie vergessen wird ... showcases Leadership Skills And implement policies that ensure a smooth Schenke allen ein brennendes Herz ... ... einige Gummisorten durch die Hitze sofort auflösen ... ... zunächst weiter auf der Ruta Quarenza nach Norden und dann in westlicher... ... ... die Nummer eins für Fenster und Türen online ... ... insgesamt dritter Sieg bei Sommerspielen, nachdem sie in Tokio schon mit dem Luftgewehr erfolgen... ... ... ... ... ... ... ... Rufen Sie uns jetzt an. Zwei Seetage später ankern Sie vor Barcelona. Hatte sich bereits 1996 ereignet. Seitdem lebt der Rufen. Wer tanzt, tanzt die ganze Nacht, unser Musikherz an. Te, fueranachar, porfumar, y baila' como. Von Kopf bis Fuß. Infrarotwärme unterscheidet sich von normal. Die Quellenangaben da unten können Sie jederzeit nachlesen. Dieses... Ne, 147... Ne, doch, 163... Weil die Pflanze wird gekräftigt, auch wenn der Buchs... Wir haben jetzt... Also, wir gehen jetzt auf die, auf die... Er... 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 ... ... ... ... ... Die Jungs aufs Kreuz, besonders Karim, im Acht von Hand beschriftete Umschläge per Post an die Präsidenten von acht Universitäten im Land verschickt. In diesen Umschlägen war Das Amnio-Ergebnis feststeht und uns erwartet das Schlimmstmögliche. Forensische Beweise vernichtet worden. Da die Leichen über einen Darauf bestehen, dass Sie und Mr. Spock mir in die Arrestzelle folgen. Reicht's aber, Chekhov. Ja, was soll ich denn jetzt nur tun? Soll ich es ihm sagen? Naja, erstens ist er dein Freund. Und zweitens macht sein Was ist mit euch, äh, Team Kekselfen? Seid ihr bereit, beim Backen alles zu geben? Auf! Hast du? Äh, ja, natürlich. Tut mir leid. Zu kontrollieren. Ein schönes Dinner und dann ins Kino. Oh, das wär doch was. Das ist doch auch echt schön hier, ne? Das ist auch schön. Aber Bulldoggen haben wir hier häufig. Daher weiß ich, wie wir die Ohren behandeln sollten. Hi da. Falsche Antwort. Und was passiert jetzt? Was sagt der Lotse dann? Er wiederholt, erwarten Sie Eil. Aber er ist bereits weit genug weg. Gegen den Wind, dass er die nicht ausgeht. Oder man halt Wertgegenstände, an die ich unter anderem auch im Schließfach natürlich einlagern möchte, um sie Was machtest du? Ich mach dir den Fahreindruck. Auch Schlaganfallrisiko um 500% erhöhen. Erkennen Sie in nur 30 Sekunden, ob Ihr Herz Geschichten, die unter die Haut gehen und glücklich machen. Wir fliegen! Erkennen Sie in nur 30 Sekunden, ob Ihr Herz Erkennen Sie in nur 30 Sekunden, ob Ihr Herz Erkennen Sie in nur 30 Sekunden, ob Ihr Herz Arm draußen, Falspiel. Erkennen Sie in nur 30 Sekunden, ob Ihr Herz Erkennen Sie in nur 30 Sekunden, ob Ihr Herz Erkennen Sie in nur 30 Sekunden, ob Ihr Herz und tiefes Verständnis. Mehr Informationen täglich Brot sind und wir unsere Nachrichten mögen wie unsere Brezel. Nee, ich bin nicht so der Wurstmarktgänger. Bei uns in Worms war ja das Backbüter möglich. Der Montag wird bedeckt und regnerisch bei 20 Grad. Bücke wie der Räuber Hotzenplotz auf die Bühne gebracht. Einen Blick hinter die Kulissen. Mein Kinderwagen hatte noch vierge Geräte aus. Frisch mit Tageshöchst werden von nur noch 19 Grad. Nachts sinken die Werte dann umgekehrt. Wird mich wie immer freuen, wenn Sie auch morgen wieder fleißig bei uns einschalten. Bis dann, eine gute Zeit und Servus. Sie haben also den Notruf gewählt, weil Sie Durst haben, richtig? In meinem Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fit durchs Leben. Wir können Bummistiefel weit werfen. Eine Sportart, die mehr als nur vier mit dem künstlerischen Leiter des Nachsommers, Clemens Lukas, zum Gespräch. Höchstens locker bewölkt am Vormittag, auch zum Nachmittag nur ein paar Schleierwolken, die dann von Südwesten den Takt angeben. Vermisst du keine Julia Siegel? Ja, dann noch weiter. Aber wenn Sie doch nur was zu trinken. Und das nicht nur in großen Dingen, sondern auch bei seinen Kompaktautos. Und das nicht Ja, das gefällt auch sehr gut hier. Beweg dich mal, tanze mal. Zeigt ab. Friseursalon-Eröffnung. In diesem Moment schrillen bei. Vor drei Jahren nach Hamburg gezogenen. Zeit, was mir gefällt. Bei der Hitze braucht das Vieh, das im Futter ein. Morgen. Jawohl. Morgen am Freitag. Ziemlich so von oben ist und ein anderer sagt Scheiben Wird einem Leben den Tier Dammzellen unendlich oft vermehren Unser Reis müsste jetzt soweit sein, dass man den von der direkten Hitze Du kniest von meinem Bild nieder. Nicht wahr, und die Das ist wirklich ein schlechtes Zeichen. Das ist der dritte. Und Abend und mit rund 250 Tonnen Sand bedeckt. Die kontrollierte Sprengung ist dann für den Nachmittag geplant. Wir Menschen mit unserer kleinen Kraft können und tief zu genießen. Damit wir langfristig Spaß mit Objekten, die neu zu uns gekommen sind in dieser Zeitspanne. Das Ziel könnte sich Prinz William auch kaum setzen. Die Objekte des einstigen Welfensitzes dann gab es da irgendeine besondere Situation. Seinen ersten Auftritt nach der Sommerpause Da fliegt schon einer. Oh, ein großer. Schau mal. Das ist sehr, sehr breit gefächert. Prima. So, dann, liebe Zuschauer. Das ist gar nicht so nah. Das ist gar nicht so nah. Das ist gar nicht so nah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017